So Leute, herzlich willkommen zu der Weinrunde! Was spielen wir? Troll in Meta! Mit dabei, der Dexter, der Kutscher, Perixx Smurf und die Cezor. Hallo! Und ich! Und Kutsch Fury, genau! Ja, danke, David Heselhoff! Danke, David Heselhoff! Warte mal, was... Ja, ach so, Doran? Habe ich keinen Kauf für ein Start-Item hier, sag mal. Ergrenne ich denn richtig? Äh, Dorans Ring. Ne, komm, ich habe keinen Mana. Nein, nein, du kannst ruhig Tryharden. Es geht nur darum, dass du was spielst, was halt... Der Dexter, der spielt Yasuo Support. Dann haben wir Miser, Ardicary. Tahm Kench, Middle. Ach so, ich muss da unten, ne, was mach ich denn hier? Und der Off-Tank-RP-Chako auf der Top-Lane. Auf das neue Interface komme ich einfach nicht klar. In dem Sinne. Ja, es ist jetzt die erste Folge mit dem neuen Interface, muss ich gerade nachdenken. Schön. Da weiß ich noch gar nicht, wo ich die Cam hinseite. Ich glaube, nach links unten. Am besten nach rechts unten, ganz in der Ecke. Ja, genau. Schön über die Minimap. Du kannst ja dein Gesicht einfach über das von deinem Champion da machen, in diesen kleinen Kreis rein. Ja, so richtig winzig die Facecam. Oder ich sitze einfach noch einen weiter links, so auf dem Rahmen. Oder skalier... Skalierst einfach das Ding noch ein bisschen rot, das Interface. Ich sitze einfach links neben Tahm Kench auf der Minimap, ey. Geil. Das mach ich. Ey, wenn du das ganz hoch skalierst, kannst du das sogar machen. Deine Fresse da rein, äh, Dingsen. Nee, ich lass das so. Warte, ich mach mal den Match ein bisschen größer, Leute. Ja, ist ja okay, war ja nur ein Vorschlag, du Mungu. Ja, ist ja okay, war ja nur ein Vorschlag, du Mungu. Okay, okay, okay. Jetzt geh mal ruhig jetzt kurz. So, ich geh die mal stoppen. Leider, leider nicht erkennen werden. One-Man-Mission hier. Ich geh die stoppen und du hilfst dem guten... So, jetzt. Wax da mal. Was denn... Was willst'n stoppen, Junge? Genießen. Was? Hier denn? Trump. Ja, können wir mal hier... Hallo? Hallo, hallo. Mayday, mayday. Ich wurde angekotzt. Mayday, mayday. Hallo. Alles klar, du heute nicht. Gut. Bin da. Ja. Hab die Pest. Finde ich gut, was ihr da macht. Hier wird reingestochen. Oh Gott, oh Gott. Jax, Jax ist Mist. Jax, Jax ist Mist. Jax, Jax ist Mist. Warte, ich rum zu euch. Okay, einer hat schon geflasht hier. Ich weiß nicht mehr. Ja, ich bin gleich bei euch. So, ich komm jetzt entgegen. Ja, ich komm entgegen. Flash, 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 flash und hier. Hau ab. Komm mal hoch, ich komm mal hoch. Oh, oh, oh. In dem Sinne? Oh. Ja, ja, ja. Level 2. Ja, ja, ja. Ich komm jetzt von oben. Warte, ich rum aus der Mitte runter. Mayday, mayday. Jetzt aber hier. No. Egal, den hast du, oder? Ja. Und ich hab jetzt zwei noch im Arsch. Du stechen, zu stechen. Ey, abhauen. Wenn du mal hier zu stechen. Ja, ich hau hier mal zu. Äh. Ja, ja, ja. Ja, da hab ich geslowen. So, jetzt in dem Sinne, bitte mal rein. Das fängt so gut an. Oh, ich hab fast ihn ja so. In dem Sinne jetzt prügelt die scheiße aus dem Haus, ja. Komm her, komm her, komm her. Die hau ich hart ins Maul, Junge. Komm her, komm her, komm her. So, fängt gut an, Leute. Willkommen zurück. Was kaufe ich denn? naja, full ad, ne? das war die Devise so oh, Gesundheit der klang aber ein bisschen brüchig ja, aber warte, gute 3-3 stehen wir in dem Sinne, Leute ich sehe ihn schon sterben auf der Toplane, ey das gleiche ist es soweit ja, ja, das ist jetzt gefährlich in dem Sinne ja, das ist gar nicht so einfach hier hier hochstacken mein oh, oh, oh Max, wie sieht es mit einem Gang auf die Midlane aus? joe, ich mach gerade mal das erste Camp hier ja, ja, deswegen wird so langsam mal Zeit hier ja, eben in dem Sinne wow, wow, so gut von dir diese Botlane ich hab gekrittet zweimal, schade an ihn schade an ihn Props gehen raus an den Dexter jetzt hab ich mir Blue Waffen dann komm ich mal ein bisschen, oh, weißt du was, ich komm jetzt schon wollen wir hier diese Raka diven können wir das? wow, äh, der Dexter, der geht hemmen richtig schicken ja, hier, auf jeden Fall jetzt, ich bänke den, ich bänke den so hart, alter, der weiß gar nicht, was passiert pass auf, ich ess den, komm, den lauflich hin ja, warte, haben wir hauen raus ey, guck schon, ich hab einfach ne Synergy, die gehört zum Mond, ey das ist einfach nicht normal, ey eben schon, den Aufstieg haben wir aufgenommen, Alter, schön Bart, Annie, wir haben alle zerrippt hier nochmal der Spoiler, wir verlieren Nolten Vettel nice ja, das ist, äh, das ist echt, das ist echt super hier oben ja, es gefällt mir ja, es gefällt mir richtig gut das Spiel jetzt immer, auch im Ranked nice ist schön, dass dir gefällt, ist ja immer wichtig, dass das Spiel Spaß macht so ist es in dem Sinne äh, das ist schon wieder scheiße ohne Ende, so in dein Gesicht, johan kannst euch runterkommen, Max, wieder diven ja, gerne diven muss in der Regel gerne aber ich glaube, ich bin leider tot, weil ich 40 Gold haben wollte ah shit ja, fast nicht ja, warte, ich hatte da base, oh egal ja, ich komme jetzt kurz mal hoch hier den, äh, unlucky für die, für Rection bisschen wegfallen ich glaube, da können wir mal pass auf Rection ja, ich hab grad einen, ich hab grad einen Mannerport eingeworfen Alter, was machst du denn, Junge? was ist denn falsch mit dir? ich hab gerade einen Mannerport eingeworfen aber irgendwie kam der Stand schneller raus als mein Q warte, der ist Level 6, ach so alles klar Leute find ich gut ja der ist Level 6 warum war der Level 6, alter holy shit das ist ne gute Frage nächste Frage nächste Frage ich hab wieder Ignite hier oder? wunderschön ich sag dir eins, Max in der Mitte so Freakle naja, das hör ich nur gern abgehört, du nusch den gleich richtig weg ja, ja, ich ess den einfach auf und dann weißt du nicht wo ist da kleine Peter das regnet Hacke Peter, Junge mhm, ready here? easy guck mal hier komm ran guck mal hier ich bin gleich da kutsche kutsche warte hau die komm zu mir, Junge ich kann auch hier ich lass mich okay ich lass mich dann brauche ich jetzt hier auch bis zum fahren ja, wenn sie ich weiß auch nicht der kutschfury macht äh äh du bist einfach mein Auto du bist auf Touren dich jetzt verlassen der Dexter, der willst nur ein bisschen wissen der ist richtig, äh der ist heiß der wird nur zugestochen nach der Worten ne? hörste nice, natürlich gern das hörste gern, ne? 313 hier so, wollen wir in dieifen? ja, auf jeden Fall komm mal ran hier hast du Ulti, Therese? oh, was machst'n du da? ich hab Spaß warum machst du das? ich weiß nicht, ich kam nicht mehr raus komm auch jetzt jetzt hier rein da ok, doch nicht, doch nicht, doch nicht ja, alles klar Leute, Leute, ich komme Mayday, Mayday komm ran ok, hier, hier, hier da geht was ok, ich, ich, äh ich denk die scheiße einfach geil oh, wurde raus hier ich wurde genascht irgendwie aber ich glaub du bist ich bin auch noch tot guter Flash guter Flash aber ich mein Gott läuft alles, ne? ja, bei uns rennt's komm, mit, mit Tower auch down in dem Sinne mein Top-Länder läuft doch ne, mir dann gleich in einer Minute hab mir nur eben Double-Kill gegeben Max, ich hab alles ich will, ich will nichts sagen aber Mitte ist gleich viel schon wieder? ne, immer ne, immer der Junge lernt's auch nicht aber ich hab auch keinen Mana das ist kein Problem warte mal, ist der Blue-Buff ab ähm ähm diese Funden besingen keinen Schmerz boah, alter, die kannst du hier mit den Babys ich hätte fürs Last Hitten doch ein bisschen Adi mitnehmen sollen weil ach was destroy the Meter und ich bumm's dir was ach was ich kann nämlich nach zwei Tower Shots, äh, kann ich den Minion nicht Last Hitten das ist ein bisschen ungünstig ja in dem Sinn der, äh der gute Jax ist gerade auf dem Ausflug ich weiß allerdings nicht wohin nach dem Malle richtig feiern ich hab jetzt Ulti, ne? wir können richtig krasse Sachen machen ja 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 warte ich hol mir kurz Red Buff ja 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 der Jax, der will glaub ich in Mitte rotieren, das könnte ich mir gut vorstellen ah ja 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 oh 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 ja ach komm da läuft der da läuft die hole ich mir die Jungs die hole ich mir, Alter, komm hier mal Warden, komm warte, sind die Ultimate einfach ja warte warte guck mal wer das ist oh da sind ein paar mehr ja das zerstört den Jungs nehm ich mir zack nimm das ich Jungs oha gönnt er sich gönnt er sich mal dem prügel ich jetzt auseinander den kleinen Fickern guck mal her, Junge Alter, das ist doch nicht euer Ernst ich boah, fickt euch ey also nicht ihr doch auch der Drache der einfach nicht mehr tagt das wird kaufe ich ihn jetzt Hydra, ne? ok woher schuhe woher schuhe, äh frozen mallet, ne? ja das stimmt das ist ein guter Punkt und noch QSS damit, äh alles glänzen kannst wenn du stirbst und regeln reinprügeln kannst wie baue ich hier nochmal die scheiße wie baue ich hier den frozen mallet, ey? seit die den geändert haben weiß ich das nicht mehr pickaxe und äh pickaxe und rubycrystal so ich habe jetzt auch ultimate, ne? wären wir dafür kein ding, dafür bin ich da ich hasse diese Warte so ja Alex, beim Alex läuft es richtig ja das ist richtig, richtig geil ich glaube der kann nicht sogar dive, weil du nicht weg springen kannst ich würde abhauen ja ich würde wirklich abhauen ich würde abhauen du kannst nämlich nichts machen gegen den warum hörst du denn nicht auf mich? in dem Sinne da ist was da ist was ich wusste doch, dass du da bist Max ich hab's gesehen ich hab's ich hab's gespürt in meinem Urin ah hättest du ihn einfach hochnocken sollen hättest du ihn nicht weglassen ich wollte einen minion killen damit der tower ihn angreift in dem Sinne also was ich mir auch absolut ein Rätsel ist warum wird mir nicht vorgeschlagen um mit items zu bauen die ich gerne haben möchte jetzt kack die aus, ey warte ich hab Ulti in die Mitte ja da sind ein paar Jungs da sind drei guck mal hier da ja so wir machen jetzt mal hier dicke Combo Max komm mal ran hier ja 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 fahr mal durch hier mit einem Ultimate fahr mal durch abfahrt abfahrt ich gönne die mir kannst du irgendwo wohnen warum ich komme ich auch jetzt hier ja ich bin dabei ich bin dabei na die haben wir weggestoppen oh hier der Twitch der kommt auch nicht weg Jaxx ist oben nein du haste weggeleckt schön da hab ich hier haste weggeleckt hier Jassu auf gehts komm Abfahrt na der rennt da links unten glaub ich ne ja links oben hier Shaco was da ist ja Shaco komm mal ran hier du auftrink Shaco da wird er that wird er in dem sinne Schlick ich jetzt alle weg hier ja der will glaube ich sich exekuten lassen der lappen naja in dem sinne Aha Ja ich muss eben nach Hause gut das nicht ich habe über ne 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 da hat er recht ne ich muss halt selber nur nicht so man hier an einem jungen gar nicht zu tun oha lex so botlenkomm ich lieber nicht mehr näher also der ist jetzt wirklich schon der schon level 10 also es kommen wir gehen doch umschacht denken ja ich komme auch das lieber die anderen lanes schön durch minuten wechseln voll ad kommt gerade ein bisschen zur kältung weil ich komme auf botlenkommelt ihr botlenkommelt auch hier am kern auch hoch jetzt denkt ja wo denn auch hier steig ich habe in 15 und dann noch ist kein ticket bei steig ein steiger entdecken will die er was zeige so top lane dass die nähe nächster brust ist in zehn und bin gleich da nexer ich bin gleich da den holen wir mal klatschen abfahrten mitte ich glaube da war weg der kleine mal ein ticket ja immer ein ticket immer muss da rein so und nochmal auch man auch hier weg und weg ist nicht im hause nicht junge haus sind ich ja abfahrt max max ja warte rein ich bin ich nicht er kann mich kennen wir springen einfach rein ich gehe rein jetzt ein da rein da rein also bekommt jeder ich denke ich habe die wave getankt jetzt sterbe ich gerade ein bisschen tote typ ist er tut mir irgendwie nicht ja ich nach stehen noch schon weg weg in dem sinne lecker lecker oder lieber die drei jahre das machen wir nachher möglichkeit in dem sinne in dem sinne guter wäre auch natürlich mit max mitte gerne ich glaube ich hole mir vor nur einen red buff meinst du leck ihn auf ich kann nur den weg in dem sinne ich weiß schon was er vorher aber nicht mit mir ich bin nämlich auch main jungle ich glaube der jacks tötet nicht gleich ja dann geht auch weg wenn du das ja ich war letztes mal schon knapp hier ein kleines drive bei max ach schade der dexter deck der kann scherze machen komm hier 10 sekunden ulti wir hauen jetzt ihn bitte weg ich kann aber mein ultimate benutzen ultimate mal rein hier max noch ein 3 1 oha du kannst eh nicht mitmachen ist hier nur für exquisite leute weiter geht's noch ein alles klar zeit für eine abfahrt ok jacks ist miss alles klar so jetzt aber mittel richtig aber der hat mich gezeilen jetzt ist problem oha der kassiert ja richtig ja ja ich muss die ratte irgendwo ist auch noch eine ratte unterwegs support jasus einfach besser als mit jasus oh geil das war eh gut ich freue mich auf der kassiert und ihr auch slow den ich hau den weg mach ihn doch mit q ich kann nicht ich bin gerade eben schon ich kann ihn wer ist der echte greift erst mal richtig du bist so ein laucher also mir nur loading screen sagen ich sag immer als erster rein spaß aber spaß beiseite im grunde ist es so wollen wir jetzt hier in wo wir denen jetzt die dreier boots oder fünfer oder cool oder genau ruhig die dreier hat er sie und sogar was zu gesagt so das ist ein bluboff jetzt eigentlich bei max ja den kopf am kensch alles klar zehn sekunden abfahrt aber dafür dass die gegner so treier an ist es ganz schön traurig was hier passiert machen einfach gleich 20 minuten alles klar warte witz jetzt bluboff also kommt mitsch zu ja weil ich komm doch gleich alles klar fang ich an leckte nach mal weg über die wand in dem zimmer ein bisschen muss noch drauf ballern macht so viel damit er sagt bescheiden und ich bin jetzt zack oha ich glaube ich alle drei aber wird lustig ich habe reingerannt ok welt den max jetzt ganz oder gar nicht aber sicher in dem sinne ja ja und rein da in dem boden die sie kommen der konnte gar nichts macht er steht nicht mehr auf er konnte gegen vier und er steht nicht mehr auf er konnte gegen vier nichts machen ne passen lappen richtig dumm da haben wir ihn am sack hat sogar schön schattung gegeben da habe ich frozen mallet so jetzt ist der siebe der geile mit geiler jetzt ist er schon ganz sprachlos wie es hier läuft ja absolut nicht bin der ich möchte die rede die ganze zeit belästigen alles klar ist okay ich habe euch ja lieb ne aber ich möchte euch auch nicht zu sehr mit meinem die rede einfach lieber mit ihrem stream so sieht es nämlich aus das ist absoluter quatsch ja ich habe hier echt so ich habe vorhin gesehen die nimmt auch voll ihre zuschauer aus was die hat sogar eine amazon wishlist mit dem katzenbaum ja so ist es so in dem sinne in dem sinne katzenbaum in dem sinne ja guck mal der jacks der will mich holen aber nicht mit mir ja du holst ihn selber pass mal auf was ich mache wir haben ja einen meiser am team was ist denn mit dir los alter der sheetet der ja du hättest ihn easy geholt das war ich noch ein ja komm gehen wir noch ein hier oder was das war gut ja und jetzt gehen wir richtig rein wo seid ihr denn leute dem haue ich eine rein hier ich boxe sie von hinten weg zack ein hammer ein habe ich das schön weggebrochen die scheiße aus ihm ausgeprügelt der dachte er kann mir eine reinhauen aber nicht mit mir ich hau dem selber einen rein ja das mache ich wenn ich krummsäbel habe seinen freund auch wie heißt es eigentlich auf englisch der flinke krummsäbel der flinke krummsäbel das ist eine flinke krummsäbel das kommt direkt nach quicksilver sash so krummsäbel alter ich habe da gesehen unter einsatz meines lebens den turm hier verteidigt das finde ich ganz schön mutig muss ich sagen so machen wir mal baron call raus hier baron call easy hotcaller läuft das so bei elements auch immer ja oh wir haben 20 minuten wir haben 20 minuten ab zum baron ab zum baron hier kommen jacks von hinten leute hoha der macht ach quatsch ach quatsch sagt der top laner ja dann machen wir nächste mal baron der feige weg springt ich splint push keine sorge das geht schon jetzt kommt der jacks gleich hoch und hault die einfach ab als ob ich hab das letzte mal auch fast als hier fahren wir rein hier bitte 30 sekunden was ist mit ihm hier ah da kommt wer oha oh da habe ich drei mann hoch geholt komm mal jetzt her hier was ist das denn ich mach dir mal dexter da das kann doch nicht sein hier ist racker oh ihr habt ein problem eh ne ah nur ein kleines laufs den haue ich weg guck mal ran hier ich boxe euch beide zack hier kutscher auf den twitch auf den twitch was ist denn mit dir den hätten wir easy geholt folgt doch meinen hieben spuck den doch in die falle Alter ich ne mache die wohnen voll hier das ist ja gleich unsere warte ich nehme einfach die windball die sehen alle so gleich aus so jetzt habe ich quicksilver Alter nächstes mal wird gehiebt was ist denn das jetzt habe ich angesieden ich auch was war das denn ich darf wenn mein ding macht schaden war irrtum das höre ich öfter ja mein kleiner schneefreund aber der war natürlich auch öfter vor allem das kleine oh ich geh nicht rein jungs oh gott guck mal her hier du willst oh alex ich weiß ja nicht ja das waren die base Max hast du denn dein abfahrt ich hab ulti ja wollen wir mal abfahrt machen ja warte ich geh gleich hinter die warte mal guck mal der jacks hier hier Dexter guck mal her ich mach nen trick dem hauen wir einen rein mach mal nen trick fach durch die wand oh alter er macht den stun in der luft der Affe ey so jetzt auf den twitch oh man wir holen die kale alles klar oh ich hätte nicht essen können die windball bringen wir überhaupt nicht ha flash ist raus ich komm mal zu euch ne auch erst mal zack oh sind wir am start oder wie ist das kipp dir denn ich nicht das zunge die hat sich gewaschen zack da kommt keiner aah dein erster April der auf die Tasse klaut er mir den kill wat ist das denn wat ist das denn baron baron alles klar baron wer da ist ulti so dat wird wie du musst jetzt erstmal weg ja wer mir den kill klaut hat das geht so nicht ja ey mir wurde red buff geklaut du hast mir den kill ja nicht geklaut das war mein Viech machen wir das jetzt oder nicht naja nicht ist halt alles Leuchel boah alter du hast ja richtig weggebummst die Krabbe ja das ist so wie deine Mutti so also wir machen jetzt in dem Sinne ok dann nehme ich mir den blue buff wer macht den nachher meinen blue buff Alter Alter jetzt hört mal der Spaß auf hier sagten alle das Wahnsinn Komm baron ich bin hier aufgehört alles klar 15 Sekunden habe ich Ulti alles klar jetzt ehrlich ja ja ne nix hier war's nimmst hier auf ne Merch Squad in dem Sinne hat man nicht du bist so kacke hier ist doch niemand ich bin full damage so in dem sinne du bist voll retarded so was machen wir auf der botlane durchfangen wir fahren aber komplett durch ich habe durchfahren er wird beendet jetzt gambit beendet alles klar hier ist eine kale alles klar die haue ich weg was jawohl nicht direkt techniker drauf jacks kommt hier von hinten ja da ist doch gar keine mehrartig das finde ich jetzt langsam ein bisschen gemein warum du so fett bist ja das ist ja gute gute item schon ich bin ja auch am kering hier 86 mann mit den legendären 130 fangen das war jetzt wenn ich der kann mir gar nichts wenn du komischer so und das alex ja ich versuche dich zu retten weil ich bin jetzt ein bisschen zu stark für dich danke danke dexter wie wäre es wenn du noch einmal stirbst ich fühle mich hier gerade so schlecht war warum das ist das ja guck doch mal nach das war zehn ich habe acht wurde aber es war denn das ist ein gegnerischer ja so ja normal war den hier sollten wir noch mal die ja ja bitte bitte kommt wird man auch hier da bin ich er hat wieder sein es dann alle das gibt es doch nicht mal bei roller warte 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 alter das kann jetzt nicht sein du geh mal rüber weg weg raus raus warum willst du nicht rüber zu den anderen die riesen das machst du denn da schon wieder oh geil du ich bete ultimate hier ultimate alles klar jetzt geh mal rein jungs seid ihr bereit tot was soll das denn was ist ole ole ist das geil sagt er alter was machen wir jetzt wir killen uns beide rippen ach so was machst du da so ja so hmm fein da hast du geil gemacht Kutscher was ich denn ja aber du oha wo sind die tryhards in euch ja wir kommunizieren wenigstens miteinander Therese ich bin hier auch am kommunizieren ja du mit deinem Schneemier ein Mann da ey was weiß ich der ist voll krass alles klar komm wir snacken die jetzt Leute ah Kale ist tot sie machen den Rest geht auf den oh komm drauf da jetzt Ex oder Kelly ja auf den Twitch stehen olle olle lecker 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 aus die scheiße die auch noch die kriegt auch noch für die Sünden ihrer Kinder ey weiter gleich auf die Flash Zunge brauche ich nicht doch brauche ich doch brauche ich du bist so ein brauche ich doch brauche ich mhm weg hier alter der mir super minions krass smite da den weg komm jetzt in der base alles klar danke abfall wie lange hält denn das an die scheiße drei Stunden oh kannst du ja von hier bis nach Braunschweig ja mit dem meinen Fernbus weißt du Tam Kench ist das Maskottchen von meinen Fernbus genau so hässlich und scheiße alter ja so ist es ey Drecksverein ey oh sie stehen nicht auf der Liste sie kommen nicht mit aber für 17 Euro extra da können sie noch mal sich reinkaufen ungroß das ist echt pay to win ey ja mein Fernbus ist pay to win ey legend und stream hier bei Terezco bitte was das sag ich doch ok in dem Sinne ja ok nochmal krampf gibt dem turbo einer der kommuner pro 3 3 3 3 3 ich komme mal zu euch ne der ja so der kommt hoch alles leiser tot ich blocke die k damit wird sie nicht rechnen alter ich habe den fassi weggemerkt ja was ist da los der menschen die zunge ja deswegen war das ein scheiß call dexter du bist ohne ulti gestorben oder mal wieder du auch ja die haben mich gebürstet ich will nämlich nicht tanken ja ist komisch du auch boah da klatscht die alter schön mit der fliegen klatsche ruf alter die es kann nicht klatsch klatsch die ist die sind wirklich krass klatschen muss es ja scale halt mit dem devour ja deine kann ich nicht lustig kann auch nix da wieder rein jetzt hier ich mach mal den turbo ja ich mach jetzt gas hier ok yo bin dran rein jetzt machen wir's jetzt machen wir's hier nimmt den twitch nein ich kann nicht mal hier wird es noch nicht mal bei roller die scheiße hier kommt mehr jetzt ich muss mal jetzt die scheiße aus dem jungen ja ich habe ich weggeprügelt in sein gesicht jeder heim was genauso nur nicht grün ja also dexter hat Spaß mit uns würde sagen botlane war gut hat Spaß gemacht auf jeden Fall danke dass ihr dabei wart war eine weitere Runde in der Meter nächstes mal gewinnen wir in dem Sinne tschüss